Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Gruselpartie und ich muss zugeben, ich habe eigentlich gar keine Lust. So, checken. Vier von fünf Batterien, das ist schon was Nices. Also meine Lust halte sich halt echt ohne Flachs jetzt in Grenzen. Einfach weil ich keinen Bock habe, jetzt die ganze Zeit wieder permanent verfolgt zu werden, aber mein Gott, wir schaukeln das schon irgendwie. Wir gehen jetzt einfach nach hier drüben, nehmen uns die Sicherung und gehen einfach wieder raus. Ich glaube, da ist wer. Bleib jetzt einfach hier stehen. Leute, sind die taub? Strange! Ich verstehe auch nicht immer so ganz, wo der herkommt, ob das derselbe ist, der hier die ganze Zeit durchrennt. Wo genau der herkommt, springt er hier permanent durch die Fenster? Vor allem, ich finde es auch super, 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 super strange. Wir hier stehen, ist alles in Ordnung. Niemand verfolgt uns, alles easy, zumindest war es bisher immer so. Alter. Ich höre wen. Das ist strange. Vor allem, ich weiß auch nicht, wie viele. Sind das eins, zwei, sind das drei? Ich habe da noch nicht so ganz durchgeblickt, weil vorhin, also jetzt... Oh, da ist er. Ja, da bin ich. Hallo. Ja, nein, ich lasse mich jetzt töten. Ich renne jetzt hier nicht durch die Gegend. Das ist mir schon wieder viel zu blöd. Das ist einfach so eine Sache, die ich nicht verstehe. Wir gehen durch dieses Fenster durch, dann gehen wir in diesen Raum rein, also diesen Gang lang und dann in diesen Raum rein. So, und während wir da hinkommen, begegnen wir keiner Menschenseele, aber kaum stehen wir da drin, kommt einer an. Das finde ich strange. Gut, dann machen wir das gleich so, dann gehen wir da rein. Was haben wir denn hier für Verstackmöglichkeiten? Okay, hier. Richtig, hier ging es ja auch noch... Hä? War das nicht der Raum, wo wir langgekommen sind? Bis... Höh... Jetzt hat man schon wieder hier alles hier zu gruselig. Richtig, hier sind wir hergekommen. Darauf wollte ich hinaus, denn unter diesem Bett kann man sich wunderbar verstecken. So. Muss man hier nur durch diese abgebrannte Scheiße hier. Dann springt man durch dieses Fenster hier. Dann ist alles wieder gut. Also rennen wir einfach bis nach da drüben gleich. Ich versuche jetzt einfach die ganze Zeit mit der Kopf-durch-de-Wand-Methode. Ist mir jetzt auch so Latte. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Kommt er mir jetzt entgegen oder nicht? Ja. Au! Manu! Spring doch! Ohne Flachs ist es bisher das ärgerlichste und das nervigste und frustrierendste, was ich bisher machen musste. Das ist nicht witzig. Ich finde es halt nur einfach sehr schön. Da war ein Kommentar, der war sehr passend. Und zwar Eine liebe junge Dame, wenn ich mich da recht entsinne. Frei nach dem Motto, Oh, es ist so schön zu sehen, wie deine Frustration immer mehr steigt. Ja, du, das ist halt auch echt so das Richtige, was man dazu sagen kann. Geisch kommt da. Na komm. Na komm, Brutus. Ja, Brutus. Oh, komm schon! Ich stehe da in der Ecke, Junge. Vorhin hast du mich nicht gesehen. Mord, Mord, Mord. Mord. Ja, schlacht doch nochmal zu. Oh, ist der langsam. Ich schwöre es euch, ne? Der große, dicke, fette Kalle Berner, hat der halt da schon schneller auf die Reihe gekriegt. Ey, wir müssen uns hier echt ein System irgendwie ausfunkeln hier. Das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Aber das Ding ist, ich habe auch keine Lust, nach da hinten zu gehen. Ich meine, die waren ja relativ einfach. Aber der hier macht mir halt Kummer, weil da komme ich lebend nicht vernünftig raus. Und wozu soll ich mir das das antun, mir diese ganzen schönen äh, Sicherungen da hinten zu holen, wenn ich dann hier schlussendlich verricke? Das ist ja noch mehr Frustration. Da nehme ich ja meinen PC und dann werfe ich den hier irgendwo hin. Ey, ich habe eine Idee. Wir sind doch Betten. Mensch, bin ich blöd. Oh, du bist aber schnell. War hier jemand und hat die Sicherung geklaut? Das ist eine Falle. Ich schwöre es euch. Das war eine Falle. Ach, komm schon. Hä, warum hat er uns hier nicht gesehen? Wir standen eben vor ihm. Das ist, dieses Spiel ist manchmal so strange. Manchmal sind sie taub, manchmal sind sie blind, manchmal sind sie geistig behindert. Zieh mich nicht unterm Bett vor. Bitte zieh mich nicht unterm Bett vor. Bitte zieh mich nicht unterm Bett vor. Ja, ich bin weg. Vor allem, er kommt jetzt auch wieder zurückgerannt, oder? Da hinten ist er. Welche Richtung schlägt er ein? Gut. Dann dürfte er jetzt gleich nach links rennen. Ja, da bin ich. Ja. Und versteckt. Hihi. Oh. Pop, 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 pop. Habe ich es jetzt geschafft, mir die Sicherung zu holen, ohne danach zerfetzt zu werden? Ja, schon. Ich meine, er ist uns nicht gefolgt, auch wenn ich das ein wenig strange finde. Aber, okay, cool. Aber der Typ rennt ja auch die ganze Zeit so bekloppt durch die Gegend, ne? Könnte das dann in diesem Fall auch der Dude sein, der den anderen Gang immer lang rennt? Weil er läuft ja die ganze Zeit einer den Gang lang, nicht? Ich will rauslaufen. Ja. Ich würde halt gerade echt nur interessieren, in welche Richtung er läuft. so, wo bin ich? Ich bin immer noch geduckt. So, dann verstecke ich mich jetzt erst mal hier, wie ein Feigehuhn. Wir gehen das nämlich jetzt taktisch an. Hier, diese Hau-Druft-Taktik, du, das nützt nichts, da sterbe ich permanent. Da ist er. Er läuft. Seine nächste Runde. Okay, cool. Dann machen wir es einfach so, wenn er jetzt das nächste Mal hier so links reingerannt ist, dann rennen wir bis zu dem Raum nach hinten rechts durch. Dann verstecken wir uns im Kamin, wenn er wegrennt, laufen wir in den... Nee, das wird wieder zu knapp. Glaube ich. Und das werden wir gleich sehen. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, es wären mehrere Psychos, die hier rumlaufen, aber okay, es ist nur der eine. Er dürfte auch gleich zurückkommen. Mach so lange jetzt hier die Kamera aus, das bringt doch nichts. Huch. Wann kommst du zurück? Hallo? Nicht zu gehen, weiter stehen. Kommt er? Kommt er nicht. Ich will, dass er hier seine Runden fertig läuft. Mann, wo bleibt er denn? Ich war eben der festen Überzeugung, ich habe hier volles System rausgefunden, wie wir das Ganze hier überleben könnten und jetzt Arschlecken oder was. Ich glaube nicht. Ich muss mich hier mal von meinem Headset-Kabel runterrollen. wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, er rennt seine Runde schon wieder zurück. Ich bin der Meinung, oder? Waren wir jetzt die Geräusche, die sich bewegt haben, oder war er das? Ich hasse das. Egal, wir warten jetzt hier einfach die ganze Zeit seinen Rhythmus ab und dann haben wir es irgendwann in Ruhe mal geschafft. Oh, da ist die Tür. Top! Toll, ich kann mich hier jetzt die ganze Zeit rüberlehnen. Toll. Hallo! 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 Immer noch niemand! Hallo! Ich habe aber echt Schiss, die ganze Zeit aus meinem Versteck rauszukommen, weil dann passiert genau das, was bei uns bei Calaberna passiert ist. Aber es ist hier ruhig. Ich nehme lieber die Batterie hier. Fühle ich mich vorhula mit? Ja, la, 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 la. Wir könnten mal wieder singen, aber wir sitzen gerade nicht in meinem Schrank, wir sitzen gerade in einem Kamin. Klön hier. Klön warm. Ja, und? Was habt ihr heute so gemacht? 20 Uhr, haben wir es gesagt? Da ist er. Haben wir es ja jetzt schon. Nicht? Habt ihr heute schön gegessen? Ja? Schön, schön, schön. Schön, schön. Es freut mich. Schönen Tag gehabt. Ja, ja, ja. Toll. Ja, ja. Ja.